Ratchet? Who? Bedrückt dich irgendwas? Komm schon, raus damit. Ich bin... Ich fühle mich verantwortlich für all das. Möglicherweise liegt es an mir, dass die Dimensionen zerbrechen und Ratchet und ich uns verirrt haben. Oh, ja. Tja. Hey, dein Kommunikator läuft bald wieder. Das ist nicht schlecht. Ha, stimmt. Ha! Ha! So, Suche im Gastropub nach Zorki. Ah, hier oben. Also, das ist, äh, Zorkis, Gastropop und Arenaplex. Nirgendwo im Universum bekommst du bessere Ersatzteile als hier. Ich hoffe, du hast recht. Die Zerstörung des Dimensionators muss eine Art Dimensionskatastrophe bewirkt haben. Wenn ich Ratchet nicht finde... Keine Sorge, Boltz, ich repariere dich. Versprochen. So, was gibt's denn hier Neues? Die Gegner wollen's nicht kapieren. Triff sie wieder und wieder mit dem Querschläger. Querschläger. Oh, wir haben auch genug für den Blitzableiter. Sag mal, höre ich da etwa? Donald? Regen? Nein! Das ist der... Blitzerbleiter! Erledige sie und lenke den Blitz auf ihre bedauernswerten Teamkameraden. Rüste den Blitzerbleiter auf, um einen noch größeren, erschreckenderen Stürm des Schmerzes zu entfesseln. Querschläger. Querschläger. Zieh den Feuernachzug, um auf deine nutzlosen Gegner zu feuern. Oh je, und dann erscheint das Geschoss wieder direkt neben ihm. Und dann zieh den Feuernachzug, um wieder und wieder und wieder zu treffen. Bum, 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 bum. Hm. Greif zu! Dann nehmen wir den nochmal. Das ist ein echtes Schnäppchen. So. Trio Blasterpistole. Ich glaube, wir müssen hier einfach weiter upgraden. 14 haben wir. Was gibt's hier unten noch? Munitionslimit. Jawohl. So. Jetzt gehen wir einfach hier rum. Oh, das reicht sogar schon. Nice. Okay. Munitionslimit. Oh, ich glaube, wenn wir die... ...die Blasterpistole ist schon richtig, richtig nice. So. 190 Schuss haben wir. Okay. Verbringst du viel Zeit hier? Ja. Der Laden ist eine Art Zuflucht für den Widerstand. Ich hoffe, der Imperator hat das nicht auch rausgekriegt. Willkommen im Zorkis, dem neuen intradimensionalen Gastropap und Arenaplex. Ich nehme deine Mattel und all deine Waffen. Was? Daran sollte ich schon gewöhnt sein. Danke für den Besuch in Zorkis. Wir metzeln mit einem Lächeln. Oh, wir haben was gefunden. Da war was drin. Hier passen wir für unsere Waffen auf. Das heißt, ah, wir können hier drin nicht schießen. Zorki ist meistens hinter der Bar. Er wird wissen, wo ich den Piraten mit den Ersatzteilen finde. Oh, was haben wir hier? Wow. Die Kampf-Arena. Das Universum scheint leider noch instabiler zu sein. Jede Menge nette Schäden. Okay. Reden wir mit Zorki? Je eher mein Kommunikator wiederläuft, desto besser. Na, oh. Namaste und Frieden sein mit dir, Revit. Hey Zorki. Hast du unseren geliebten ersten Mat gesehen? Brauch'n Signalverstärker. Sieh mal an. So sieht man sich wieder. Gib mir das Teil. Bist du mir ihr gefolgt? Sehnst du dich so verzweifelt nach meiner Zuneigung? Gib mir das Teil, Pierre. Wieder und wieder sag ich dir, mein Herz ist vergeben. Und doch... Rusty Pete? Rusty? Mon Dieu. Dein Freund ist ganz schön fräsch. Mein Name ist Pierre Lefayre. Pirat extra ordinär. Kämpfen wir drum? Zorkis ist eine gewaltfreie Zone. Riegelt das draußen. Ah, Kampf-Arena. Ich bin mehr lieb aber als Kämpfer. Aber für dich mache ich gerne eine Ausnahme. Treten wir einem Roboter in den Hintern? Eine sehr fragwürdige Formulierung. Aber warum nicht? Na dann. Da drüben an der großen Fensterwand ist eine Konsole. Echt cool. Ich zeig sie dir. Hm. Beweise, dass du würdig bist. Bronze. 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 Na dann, würde ich sagen, auf geht's. Oh. Willkommen, liebes Publikum, in Zircon Juniors Schlachterplex. Seid ihr alle bereit für die Spannung, den Schmerz, das Gemützel? Heute Abend, ruf mit, um sie zu lieben, und kämpft gegen die... Ach, das ist es. Halt, das ist es. Sag, es ist es. Heilnehmer, alle unterlegt. Wer wird es sein? Hm, Welle 1 abgeschlossen. Wieso gibt es in jeder Dimension eine gefährliche Kampf-Arena? Ich würde gegen euch kämpfen. Aber er müsste beweisen, dass sie das wert sein. Na, Mama. Die Piraten. Kommt durch Spalten. Bewundernd schwer, dass sie immer neue Wege zum Mogeln finden. Ja, ja. Das ist für eine Zeitgewebe. Ja, das ist für eine Zeitgewebe. Ja, das ist für eine Zeitgewebe. Ja, das ist für eine Zeitgewebe. Das ist für eine Zeitgewebe für Pirate. Ja, das ist für eine Zeitgewebe. Ja, das ist für eine Zeitgewebe. Oh. Hautsch. Oh, da ist noch einer übrig. Welle 3. What? Da oben? Noch wer? Oh, noch mehr. Okay, die sind wirklich nicht so toll. Hm. Jetzt sind wir wieder die gleichen. Hm. Hm. Hm, keine Munition. Sehr gut. Energie gesammelt. Ich bräuchte aber Munition, nicht Energie. Ich schieße auf die Latte, Ratte. Welle 4 abgeschlossen. Okay, wir haben wieder ein bisschen Munition. Ich behalte bei den Liebermar. Boom. Oh. Okay. Okay. Okay, im Nahkampf nehmen wir doch schon ein bisschen Damage. Sieg. Hey, wir haben gewonnen. Nice. Haben wir Schuhe bekommen? Ich dachte, wir haben gewonnen. Oh. Oh. Der schmacklich, kümmerliche Pierre hat vorne von seinem Partner ausgewechselt. Der zu... Oh. Oh, okay. Oh. Okay. Wieso wundert es mich, dass Pierre einem Kampf davonläuft? Okay, ich glaube, wir haben ihn gleich. Oh, keine Mütze. Oh, sieben Prozent nur noch. Sehr gut. David steigt siegreich aus dem Dürre der Schlagverfuhr. Jubelt, Leute, jubelt. Eine Niederlage? Aber wie? Ich werde meine Rache bekommen, endgültig und dramatisch. Aber ihr, nehmt das teil. Sehr gut. Jetzt aber Sieg. Heureka! Sie hat's geschafft. Ratchet, kannst du mich hören? Ratchet, kannst du mich hören? Klenk, geht's dir gut? Wo steckst du? Ich sah, wie der Lombax dich mit... Mir geht's gut. Und ich bin gerade bei dem Lombax. Hey, ich bin Rivet. Was? Äh... Hi! Wow, das ist... Ja, warte. Okay, ich muss dir was erzählen. Dr. Nefarius ist jetzt der Imperator dieser Dimension. Bitte was? Nein, 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 nein. Ich hab genug zu tun mit meinem Nefarius. Das ist es ja. Wir müssen ihn und uns hier rausschaffen, aber ohne den Dimensionator... Ich glaube, wir müssen einen neuen bauen. Ich kenne einen Propheten von Savali namens Gary. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich bin nur ein paar Sektoren entfernt. Ich schau's mir an! Was können wir tun? Gibt es den Planeten Blisa Prime in dieser Dimension? Ja. Wieso? Wir können dort das Phasenquarz zum Antrieb des Dimensionators finden. Wenn ich recht habe, können wir das Gerät innerhalb kürzester Zeit nachbauen. Dann sollten wir wohl mal loslegen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ebenso, Ratchet. Pass gut auf dich auf. Wow, ein anderer Lombax. Los, spawnen wir das Ding. Na dann, auf geht's. Los, spawnen wir das Ding. 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 Vielen Dank.